Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 5. November 2020. Und ich gebe es zu, ich war gestern zu voreilig, auch wenn das nach einem Sieg für Donald Trump aussah, sieht es nun nicht mehr danach aus. Also warten Sie, wir können kurz reingucken. So, wir sehen unten von den bisher absolut ausgezählten Stimmen hat Biden jetzt aktuell schon tatsächlich mehr. 50% aller Stimmen, 248 Wahlmännerstimmen und das ist eben das Entscheidende. Er braucht die 270 Wahlmännerstimmen, wird er jetzt Michigan noch dazubekommen, werden das nochmal 16 obendrauf. Das sind dann 264 und hier in Nevada werden dann nochmal 6 dazukommen und damit wäre er Präsident. Ja, so schnell kann das kippen. Bei Pennsylvania hat man ja so ein bisschen gesagt, dass das wahrscheinlich das Entscheidungszünglein werden kann. Kann es vielleicht sogar auch werden, vielleicht dreht sich es doch nochmal. Es ist ja spannend ohne Ende, deswegen hier das Popcorn. Also wirklich, da ist definitiv mal Spannung drin. Ja, also hier gab es relativ viele Briefwahlen, die erst später noch ausgezählt werden. Wobei, wenn ich jetzt sehe, hier 85% der Wahlkreise ausgezählt. Wir gucken mal, aber das ist auf jeden Fall noch knapp. Also das kann wirklich da dran liegen hier. Nevada kann es richten. Hier 99% ausgezählt. Also ich denke mal Michigan, das ist safe. Das wird wohl an ihn gehen, an Joe Biden. Dann fehlen ihm nur noch 6 und die könnten von hier kommen. Also das wird wirklich knapp. Das wird wirklich spannend. Gehe fast davon aus, dass wir das Ergebnis gegen 6 Uhr dann am Donnerstag schon vorliegen haben. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf den Dax gucken. Also der ist ja gelaufen. Also nicht schlecht. Ich habe ja eigentlich viel mehr die Bewegung in der Nacht gerechnet. Wenn Sie sich daran erinnern, auch, ich bin der Meinung, wir haben es auch im Video erzählt. Auf jeden Fall habe ich es in der Analyse geschrieben, dass er 2016 eben diese 100 Punkte hoch gemacht hat. Dann 500 Runde, dann 600 wieder hoch. Also das geht schon doll in die, nee, andersrum. 2016 waren es 600 Runde und 800 hoch. Heute waren es 500 Runde und 600 hoch. Aber da hat vieles gepasst. Also wir haben hier unten auf jeden Fall die wichtige Unterstützung bei 11.800 aufgelaufen. Wir hatten ja dann noch die 6,70 und 6,60 benannt. Die 800 hat aber geklappt. Wir hatten gesagt, wenn der Dax unter 12,50, unter 12,100 ins Rennen kommt, wäre denkbar, dass er hier runter stürzt. Das hat er getan. Hat sich hier unten sehr, sehr, sehr schnell und sehr, 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 man kann nicht sagen, deutlich stabilisiert bekommen. Also das sah schon noch ein bisschen aus, wie er es kommt noch nach was unten. Deutlich stabilisiert kann man nicht sagen. Aber er hat dann zumindest frühzeitig auch die 12.040, 12.000 nach oben rausgeklopft. Und damit war dann ein bisschen offensichtlicher, dass er eben nochmal nach was oben, nochmal was nach oben probieren kann und will. Das hat er dann getan. Die 12.190 von dort eine schöne Reaktion, auch nochmal ein schönes Doppeltop gebaut. Hat er dann sich deutlicher nochmal zurücklaufen lassen, ist auf die Unterstützung kleine. Also technisch war das nicht verkehrt, was der gemacht hat. Das soll ich technisch auf die 12.040, das war auch in unseren Mails, war das die benannte Rücklaufmarke. Von dort ist er dann wieder aufgedreht, oben zu den nächsten Zielen, bis oben in die 12.335 rein. Was ja auch Ziel war, haben wir gesagt, hier die Spitze hier vorne links bis hier oben, Gapkloß Oberkante. Der Bereich von 12.335 bis 12.450, das sollte hier Widerstand sein. Da hat man gesagt, das kann direkt erreicht werden, ab dem Moment, wo der DAX eben oben über der 12.140 treibt, über der 12.190 treibt. Hat man das gesagt und das hat er auch getan. Also das definitiv, technisch betrachtet kein schwerer Tag, aber, aber, aber es ist einfach so, dass solche Tage immer allen schwer fallen. Das ist einfach Natur gesetzt. Ja, das gibt nur wenige, die da wirklich sagen, hey, das hat mir aber total gut gefallen. Da gibt es viele, die verpassen unten den Startschuss, die sind vielleicht short investiert, wollten hier unten irgendwo raus, haben das Ende nicht bekommen. Dann kam es zu schnell zurück, sie haben die Position nicht realisiert bekommen, sind dann nicht long dabei gewesen, haben dann vielleicht hier oben angefangen Short zu suchen und so. Das sind ganz typische Tage, wo wirklich viele auch Probleme haben, selbst wenn es technisch sauber läuft halt. Das muss ja nicht heißen, dass man hier wie einen Rockstar traden kann. Es ist definitiv einer der eher anspruchsvolleren Tage gewesen, auch durch die Volatilität einfach, durch die viele Bewegungen. Das sind ja viele nicht gewohnt. Die kennen das, dass man mal einen Trade gegen einen Trend, gegen eine schnelle grüne Kerze stellt, stimmt's? Und dann wartet man einfach, bis der wieder ein Gewinn läuft, ne? So ohne Stop-Loss und sowas, ne? Also, das hat natürlich dann hier nicht so richtig gut funktioniert, weil der ist immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Also, für meinen Teil ist er jetzt hier oben auf jeden Fall in eine interessante Zielzone gegangen. Wir sind noch nicht weit genug davon weg, dass wir sagen können, der rennt jetzt nach unten durch. Wir müssten jetzt, stand hier, sogar eher einplanen, dass der vielleicht sogar nochmal nach oben versucht zu ziehen, indem wir hier so ein bisschen sagen, im Bereich um 12.40, 12.000, dass es jetzt von oben kommt, natürlich eine schöne Unterstützungszone. Da könnt ihr nochmal reinwuchten und dann nochmal versuchen, hier oben in die oberen Bereiche reinzukommen. Diese oberen Bereiche gelten natürlich auch, wenn der DAX direkt durchsteigt. Das heißt, in dem Moment, wo er vielleicht mit dem Aufwärtsgap reinkommt, wo er vielleicht einfach jetzt zum Start direkt sich über eine 12.350 stellt, hat er Potenzial nach oben. Also, Nummer 1 Potenzial nach oben ist das Hoch vom Gap. Die Gap-Kante, die liegt bei 12.4.60. Ja, die 12.4.60 wird damit ein wichtiger Widerstand von unten. Das macht der DAX einfach gerne, dass er so eine Dinger anrennt und sich auch deutlich davon abstößt. Also, da kann man durchaus 100 Punkte nach unten, sollte die hergeben halt, ne? Unter Normalzuständen oder Umständen. Also, dort eine kleine rote Kerze abwarten und dann versuchen, da einen Short rauszugeben. Das wäre legitim, auch wenn die Bewegung dahin wahrscheinlich brutal stark aussehen wird. Geht der DAX auch drüber, geht er in das Gap rein, hat er natürlich die Möglichkeit, hier das Gap zu schließen. Unten an die 12.600 dran zu schlagen, der Bereich zwischen 12.600 und 12.640. Da ist dann das Gap und die Channel-Kante hier oben. Sehr interessanter Bereich, auch von hier kann er sich nochmal abstoßen. Erinnern Sie sich aber dran, die Channel-Kante haben wir schon mal gesehen. Die hat der DAX schon mal weich gekocht, mehrfach weich gekocht. Die ist nicht jetzt mehr ganz so, also da muss man jetzt nicht total aggressiv reingehen. Das ist schon wahrscheinlich, wenn er höher geht, dass er dann auch ein bisschen übertrieben, übertreiben kann noch halt, ne? Aber das wäre, das wäre für mich, wäre das der nächstwichtige Bereich nach dem hier oben eben und unserer wichtigen Zone, die wir jetzt hier angelaufen haben. Ja, ansonsten ist es hier unten wichtig mit der 12.000, der 12.40. Darunter würde ich nicht großen Kompromiss machen. Haut er uns ab, dann ist er schwach, dann nützt es nichts. Dann müssen wir uns auch hinstellen und sagen, du bist schwach, geh runter, fall, du Stück Dreck. Oder sagen sie, was sie wollen, beleidigen sie auf die Art und Weise, wie sie das glücklich macht. Und dann kann man sich hier unten nochmal ein paar Punkte holen. Also unter 12.000 gehe ich schon davon aus, dass der DAX-Perspektivisch dann eher wieder am Abnippeln ist. Geht er dann auch unter die 11.87, wäre für mich dann der Bereich um 11.670 bis 11.660 an der Reihe. Und von dort könnte ich mir nochmal eine schöne Reaktion vorstellen. Also das auf jeden Fall. Dann machen wir hier auch mal so einen kleinen Pfeil nach oben runter. Und alles, was tiefer geht, wird dann Richtung großer Linie. Die kennen Sie, unsere Überraschungslinie, die immer für einen guten Einsatz da ist. Die darf man dann bei einer absoluten Übertreibung mit auf dem Radar halten. Weiß ja nicht, was da jetzt in Amerika passiert. Nachher fangen die da an, irgendwelchen Quatsch zu machen. Oder erschießen sich alle gegenseitig plötzlich auf der Straße, bloß weil sie ein blaues oder rotes T-Shirt anhaben. Aber bei den Amerikanern kann man leider nie wissen, die sind nicht unbedingt die hellsten Leuchten auf der Torte. Zumindest sagt man das so, ohne dass ich da natürlich persönlich jemanden kenne. Aber das ist ja nun ein, ja, ich sag mal Vorurteil, was im Raum so steht. Was aber auch von vielen immer wieder bestätigt wird. Deswegen, ich würde dort jetzt erstmal nichts auslesen. Für den Falltag sollte irgendwas komisches über Nacht kommen. Und der uns hier nicht die 12.040, 12.000 nach oben aufdrehen, sollte man dann unterhalb im entsprechenden Risikospielraum noch einmal einplanen. Ja, also gerade hier der Ohnebereich, 12.060, 12.670, den fände ich ganz interessant. So als Überraschungsding ist natürlich ein ordentlicher Tagesmarsch für einen Donnerstag. Typischer wäre runter, hoch oder hoch, runter. Das wäre typisch für einen Donnerstag. Einfach so ein, ich hau mal in die eine Seite und hau in die andere Seite vollkommen. Das macht der Donnerstag viel lieber. Mal auf beiden Seiten ein bisschen übertreiben, auf beiden Seiten die Leute in die Nerven reinzwingen, in die Stopps jagen. Dafür sind Donnerstage da. EZB, Zinsatzentscheid, ja, pfff, was soll da kommen halt. Also da erwarte ich mir jetzt nicht unbedingt große Impulse. Das wird sich wohl alles aus Übersee abspiegeln, was hier an Impulsen kommt. Trump, Biden, ich denke, das dürfte die Musik spielen. Wer verklagt wen, wer erschießt vielleicht wen. Und ja, stellen Sie sich das Popcorn noch bereit, wenn Sie da noch nicht drin rumhandeln wollen. Das ist so weiter vollkommen legitim hier. Passiver erstmal zu agieren, zu warten, bis der Trend sich formt. Erinnern Sie sich dran, was wir das letzte Mal gesagt haben, wie es 2016 ablief. Identisches Bild, identischer Verlauf, identische Wahlnacht. Ne, also zumindest vom Donnerstag nach oben ziehen, bis 22 Uhr in die Wahlkampfnacht nach, identisch zu 2016. Dann kurz nach oben anziehen, bis 1 Uhr, identisch zu 2016, 2020. Dann 500, 600 Punkte nach unten, identisch zu 2016, 2020. Dann 600, 800 Punkte nach oben ziehen, identisch zu 2016, 2020. Und dann hat der Markt einfach tagelang zur Seite geschoben, zur Seite geschlagen. Ist langsam wieder runtergekippt. Hat 50% dieser Bewegung wieder auskonsolidiert. Und ist danach in eine 2500 Punkte lange Rallye gestartet. So, deswegen sollten wir uns auf jeden Fall die nächsten Tage und Wochen ganz, 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 ganz fix auf Trendfortsetzungsmuster konzentrieren. Und hier eben drauf achten, wenn unser DAX anfängt, Strecke zu laufen. Auch wenn er anfängt, Gaps zu machen. Runway Gaps, ne, sowas, was gerne offen bleibt. Gaps, die offen bleiben, da müssen wir jetzt sensibel werden, da müssen wir aufpassen. Weil dann geht der DAX in seinen Trend. Und wenn er es wie 2016 macht, kann das 2000, 2500 Punkte durchaus anhalten. Das ist nicht viel Bewegung. Weil Sie müssen auch daran denken, es kommt nichts mehr. Der hat dafür bis März, April jetzt Zeit. Da kommt nichts mehr. Ja, außer vielleicht nochmal ein neuer Lockdown. Aber terminlich steht da nichts Gravierendes mehr im Korridor, wo man sagen muss, naja, da wird der Markt sich wahrscheinlich bis dahin noch zurückhalten. Ist nicht. Ne, das heißt, ähm, ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir jetzt auch wieder einen mehrmonatigen Trend bekommen. Nachdem wir ja, wenn wir auf die Tagesebene gucken, eine mehrmonatige Seitwärtsphase hatten. Und sowas wechselt sich immer wieder ab. Trend, Trend, seitwärts, Trend, seitwärts. Ne, also. So, das soweit aus den zwei Stunden. Die Bereiche, die mir wichtig sind, haben wir benannt. Äh, wir gucken noch kurz in den Tagesschart rein. Im Tagesschart sehen wir, dass er in den Channel reingelaufen ist. Hier die 200er EMA nochmal angeklatscht hat. Ähm, sich auch davon abgestoßen hat. Und, ähm, runtergestoßen hat. Ähm, da war er dran. Die liegt bei, die liegt bei, die liegt bei, die liegt bei, die liegt bei 12,350. Da war er dran. Da hat er ungefähr das Tageshoch hingesetzt. Sich von abgestoßen. Sollte er jetzt wieder reindrehen. Rote Tageskerzen aus dem Channel rausstellen. Das wäre für mich ein Verkaufssignal. Das wäre für mich ein klares Abwärtsrisikosignal. Und zwar bis 11,430. So haben wir es gestern auch besprochen. Kann er sich jetzt nach der Wahl aber hier halten, nach dem Wahltag. Das haben wir gestern auch so gesagt. Das sollten wir jetzt erst mal abwarten. Wie die Kerze stehen bleibt. Ähm, wie, wie auch die, 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 wie, wie der Markt jetzt auch darauf reagiert. Sollte der Markt hier durchsteigen. Dann eher schon Platz bis hier oben. Gap Close 11,6, äh, 12,000, 6,50. Bis später eben auch obere Channel-Kante im Tagesschart. So, das soweit die Perspektiven. Natürlich wäre es schön, wenn er eine rote Tageskerze hinstellt. Und uns allen nochmal schöne Shoppingkosten bringt. Dass wir nochmal alle schön Aktien eintüten können. Gerade so auf dem Niveau, dem Niveau. Das wäre alles ganz toll. Aber egal, was sie bei Biden oder bei Trump erwarten, was die für politische Auswirkungen haben. Versuchen sie nicht, schlauer zu sein als der Markt. Glauben sie mir, wenn der jetzt noch zwei grüne Kerzen hier oben hinstellt, sich aus dem Channel rausstellt, dann läuft er hier ein bisschen zur Seite. Und dann rennt der, und dann rennt der. Und dann können sie sich hinstellen, wie sie wollen, dass sie das nicht glauben, dass der Markt jetzt steigt. Der macht das einfach. Deswegen ist es wichtig zu gucken, was macht er, und dann eben mitzugehen. Dass man sich versucht, mit dem Markt zu bewegen. Nicht dagegenstellen, weil man eine andere Meinung ist. Der Markt hat immer recht. Immer. Manchmal später, aber immer. Und bevor man da Ewigkeiten, zigtausende, hunderte Punkte, Positionen im Minus aussitzt, lieber das Risiko eng begrenzen. Und versuchen, die Position mit der Bewegung zu handeln. Mit dem Markt halt. Dass man da irgendwie mitgeht. Für mich wird der Donnerstag jetzt recht wichtig. Signalseitig. Ich denke, bekommen wir eine rote Tagskerze. Dürfte der Freitag uns schon eine Etage tiefer tragen können. Denn sollten wir zum Donnerstag relativ stabil auf dem Niveau sein, wird er sich zum Freitag wahrscheinlich auch nicht unbedingt wegkippen lassen. Sondern vielleicht sogar noch ein Stückchen höher schieben. Also sehr, sehr, sehr wichtig, wie jetzt der Donnerstag dann auch auf Tagesebene wird. Gut. Das soll es soweit von meiner Seite sein. Dann können wir wahrscheinlich die nächsten Videos auch wieder ein bisschen kürzer fassen. Übergordnet sollten alle ein bisschen im Bild sein. Ich erwarte jetzt die nächsten Tage nicht mehr so viel Bewegung, Action und Spannung. Ich denke, das wird jetzt ein bisschen abkühlen. Weil der Markt sich jetzt wahrscheinlich erstmal sortieren wird, wie er die Ereignisse einordnet. Wie er damit nun umgeht. Und ja, da sollte man seitwärts einplanen. Also so mal ein bisschen nach oben schlagen und nach unten schlagen. Das würde für den Donnerstag ins Bild passen. Ich mache hier aus. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen nochmal für das Video zum Freitag. Dann bis dahin. Ciao.